Guten Tag, das ist der Bert und ich bin die Christine. Und wir haben während unserer Hochzeitsreise im Jahr 2008 in Frankreich so viele wunderbaren Delikatessen gefunden, die man in Österreich nicht bekommt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese nach Wien zu bringen. Mit guten Weinen und guten Siedre und Pasteten. Und dann haben wir pünktlich zur Finanzkrise, wie sich das gehört, am 17. November 2008 unser Geschäft eröffnet. Und seitdem haben wir das Vergnügen, dass wir eine ganze Reihe von Genussfreunden in Österreich mit Delikatessen versorgen und dabei gleichzeitig etwas zu tun, was wir sehr gerne machen. Mit großer Freude. Ja, zu Gustav bringen wir Champagner. Ja, kalt war das. Schöne, gute Weine aus dem Languedoc-Roséon. Und dann Fertiggerichte wie Casulé und Cocouvin und die herrliche Bouillabaisse aus Set und auch die köstlichen Fischsuppen. Und Siedre in Weiß und auch in Rosé, ein wunderbares Olivenöl, das eine Goldmedaille bekommen hat. Und natürlich unglaublich viele Pasteten, die wir jetzt da gar nicht zeigen können. Mit einem Wort vielerlei Spezialitäten, die die französische Lebensart repräsentieren. Wir legen größten Wert darauf, ausschließlich Produkte von kleinen, unabhängigen und nachhaltig produzierenden Herstellern anzubieten und mit Hilfe einer kleinräumigen Vernetzung einen Gegenentwurf zur allgegenwärtigen Vorherrschaft der Konzerne zu schaffen. Ein gutes Konzept, finde ich. Wir freuen uns schon auf die Gustav. A bientôt!